Hinhören, hingucken und vorfreuen, denn diesmal gibt es das Hauptstadt-Sport-Wochenende mit reichlich Nachschlag serviert. Das erste Highlight, die 120. Derby-Woche auf der Trabrennbahn Mariendorf. Im Affenzahn peitschen Tier und Fahrer über den Kurs und verwandeln die Traditionssportstätte in Wettmecker und riesige Vierhufer-Party zugleich. Feiern, das möchten auch die Rebels, denn die Hauptstadt-Footballer können und wollen gegen Dresden einen ganz, ganz wichtigen Schritt in Richtung Playoffs machen. Nach dem Wochenende geht die Hauptstadt-Sport-Orgie weiter, denn dann berichten wir für euch die ganze Woche von den European Maccabi Games. Also einfach täglich reinklicken und immer das Neueste aus der Berliner Sportwelt erfahren. Hauptstadt-Sport TV, täglich grüßt deinen Hauptstadt-Sender. Untertitelung des ZDF, 2020